Moin, ich bin's, der Arnie Boy, mit nem neuen Game am Start, das ganze nennt sich Void Marauders. Könnt ihr mich verstehen? Könnt ihr mich hören? Wir checken mal kurz Audio-Einstellung. So ist glaube ich besser, oder? Ich meine, die Mucke ist geil, auf jeden Fall. Aber so ist es vielleicht besser. Frames limitieren? Nee, du. Nee, du. Ja, das ganze nennt sich Void Marauders. Ist im Early Access. Ist ein Taktik-RPG. Quasi. Also im XCOM-Style. Und man spielt irgendwie so Space Pirates. Also Weltraumpiraten. Man macht sich wohl ne Crew. Zieht von Schiff zu Schiff, die man dann überfallen kann, die man lootet und... Ja. Klingt irgendwie cool. Das ganze gibt auch Steam. Und kostet so gut wie nix. Ich glaub, im Moment ist es sogar runtergesetzt. Ich weiß nicht, ob's noch runtergesetzt ist, wenn das Video rauskommt. Ich weiß nicht, wann das Video rauskommt. Keine Ahnung, welchen Tag haben wir heute? Schreibt's mal in die Kommentare. Montag? Dienstag? Freitag? Wer weiß das schon so genau? Auf jeden Fall. Ja, gibt's bei Steam, glaub ich, grad irgendwie für 8, 9 Euro oder so. Also nicht die Welt. Wir gehen rein. Neues Game. Okay. Play as a Pirate. Pirate? Okay. Former Slaves and Savages? Okay. Also wir können als Piraten spielen oder als Grell-Schar? Die wohl früher Sklaven waren? Oder hier play as a Pirate in a quest to unite warring pirate factions. To do that, you capture the mysterious ship known as the Omen. The only thing that will make you powerful and notorious enough to become a Pirate King. Okay, wir fangen an mit nem ehemaligen Gefängnisschiff. Das aber umgebaut wurde. So, dass wir halt rein können. So. Hat nix. Hier unten haben wir anscheinend extra initial soldiers. Also wir haben mehr Anfangssoldaten. Start with one experienced Raider. Okay, und wir haben einen erfahrenen Boy. Aber keine Spezialmodule oder Waffen. Wir können natürlich auch den guten alten Iron Man Mode machen. Das ist normalerweise, wenn RIP ist, ist RIP. Tutorial können wir skippen? Weiß ich nicht. Ich hab das Tutorial noch nicht gemacht. Ich bin jetzt gerade auch selber das erste Mal drin. Aber wir brauchen einen Schiff-Namen. Scheiße, ich bin mega unkreativ, was sowas angeht. Also normalerweise nicht, aber irgendwie gerade schon. Nehmen wir ein... Coco Drink. Ostes Humani Generis. Okay. These old Terran worlds. The rulers of the Hegemonie. Have branded us enemies of mankind. And condemned us all to imminent destruction. But not everything is lost. We are members of the guild. We are pirates and reavers. Killers and pillagers. And we are legion. We only need true leader. A king. And we will be unstoppable. But who among us can command such respect and fear? Only the captain of the omen. An old, mysterious and powerful ship. It is sad. Blah, blah, blah. Da wurde ich leider abgebrochen. Unterbrochen. Okay. Aber... Hier sind wir. Okay. We have arrived. To the derelict system, Captain. This system has always been considered a safe haven for pirates. We should grab what we can and leave before hegemonie forces arrive to change that. Start to turn. Let's go over the ship navigation first. Okay. Ich denke mal hier... Drücken wir einfach drauf, ne? Fliegen wir hin. Ein Distress Beacon. This ship has been destroyed, but it is still sending an automated Distress Beacon. Signal. There is very little salvage. Okay. Also wir können nur wenig abgraben. Aber wir grabben mal, was so geht. 7 holopads. Nice. What's next? There is another signal nearby. Machen wir. Können wir grad nicht. Weil unser Turn zu Ende ist. Also müssen wir End Turn machen. Enemy Turn. Okay. Wir haben keine Gegner gesehen. Wir checken mal kurz hier ein bisschen die Lage. Okay. Also gehen wir zum nächsten. Cargo vessel detected, Captain. Their drive must be damaged, because they are trying to escape using only their sublight engines. Ja, dann ruft er, oder was? Combat. Once in a while you find ships that you can board or outpost that you can raid. Once you select the start combat option, you'll be able to select the soldiers that will be boarding this ship. Okay. We'll start the combat. Oha. Heilige Scheiß. Guckt uns an. Wir sehen halt auch schon aus wie so richtige... Weißt du? So Bambos. Okay, das hier ist unser Level 3 Raider. Drusus the Red. Okay, also Drusus der Rote. Gibt auch verschiedene Klassen und so, ne? Deswegen, keine Ahnung. Was das hier, was, 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 was hier überhaupt was bedeutet. Aber wir gehen einfach mal rein, so. Okay, das sind wir. Oh, sorry. So. Our men are waiting for your orders. Okay, start combat tutorial. Here you can give orders. Aha. Gehen wir mal he hin. Rechtsklick. Okay. With the soldier like the right click to the cell to order him to move. Ja, ja, haben wir. Once in position the shoulder will be harder to hit from the front. Ja, klar. Ja, gut. Ja. Ich als alter XCOM Pro weiß sowas natürlich. How to do this mission you have to eliminate all ship defenders. To find them keep exploring the ship. Klar. Also auch in guter alter XCOM Manier müssen wir erstmal die Gegner finden. Da haben wir doch schon einen. Der ist surprised. Once you find an enemy this one will have a chance to be alerted and perform a free action or surprised and stay in place until his turn. Okay. To attack an enemy while one of the soldiers selected click shoot. Okay, das ist irgendwie selbsterklärend. Aber mit ihm haben wir keine action mehr. Okay. Er kann, kann, kann schon, oder was? Geh mal hier. Primo Smith. Broody. 32% Hit-Chance. Ah. Für ne Crit-Chance. Wir haben 82%. Okay, okay, okay. Ja, rennt. Uh. Okay. Easy. Die Fässer, da sind wahrscheinlich so Explosionsfässer oder so, ne? Ding ist, wir wollen den ja finishen. Also gehen wir einfach mal hier hin. Shoot. Shoot. Rip. Critical. So. Aber ich sehe jetzt nicht noch mehr Gegner. Ah, okay. Wir können auch die Kamera so schwenken. Ja, ist halt wie bei, wie bei X-ROM. Was ist, Eric? Rollert mal rein, Bruder. Enemy Turn. Ah, okay. Habt was gehört hier? Also irgendwo sind hier noch Gegner. Eric, check doch mal aus. Okay, Eric sieht nix. Haben wir auch zwei Overwatch? Auf zwei haben wir natürlich Overwatch. Ah. Na, Freunde, wer schon mal X-Watch... X-Watch... Äh... X-Com gespielt hat, weiß. Overwatch ist einfach der Skill. So. Alter, allgemein solche Art von Spiele. Sobald es Overwatch gibt, immer Overwatch. Man kann dir richtig ganze Runden gewinnen, nur mit Overwatch. Da hinten haben wir einen. Ist Surprise. Also so eine Drohne hier. Ja gut. Drussus. The Rat. Dann zeig mal, was da drauf passt, mein Freund. Zwei Damage. Okay. Aber wir können auch nochmal schießen, weil wir nur eine Action verbraucht. Und Drip. Okay. Sonst noch irgendwo Gegner? Ich seh keinen. In Position. Okay. Wir brauchen nur den Bruch, um dieses Tutorial zu erreichen. Okay. Take and cover near doors. Was ist das? Ja, ja. Das ist... Weißt du, als ob ich das nicht wüsste, Kinders. Ah, okay. Hinter der Tür sind wahrscheinlich auch noch ein paar Boys. Nice. Ah, man kann, man kann mehrere Leute gleichzeitig direkt, äh, Orders geben. Was auf jeden Fall nice ist. Und... Open the door. Uh. Okay, okay. Okay. Ich verstehe. Na, dann zeig mal, was ihr könnt ihr, ihr Lumpen, heraus. Okay. Ah, 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 ah. Zwei Damage. Wie viel Leben haben denn unsere Boys so? Okay, markiert. Dann wird er wahrscheinlich einfacher getroffen. Schießt aber dann auf den und verfehlt. Äh, den. Bisschen dumm, ne? Du olle Drohne. Wird das angezeigt, wenn ich da jetzt drüber hover? Nee. Was haben wir denn noch hier? Hunker down. Okay. Aimed shot. Ah, okay. Melee, Overwatch, reload. Okay, aber unser Leben... Ja, der hatte nur fünf. Okay, er hat zwei Damage kassiert. Dann würde ich sagen, shoot mit dem eine rein. 77% kann ich mit leben. Und critical. Kassiert, Alter. Komm, dann nehmen wir das Ding auch mal mit. Hä? Hä? Klar, Drusus the Red hat ordentlich rein rasiert. Kriegt deswegen übel viel XP. Anscheinend. Okay. Die beiden haben wir direkt Level Up. Nice. Winning a battle should give you loot that you can sell. Experience to the soldiers. If any soldiers are in level, you can assign them new skills in the soldier list upper left. Losing a battle will make you lose infamy and loyalty, but it won't end the game unless you have zero soldiers left. Be careful, any soldier that participates in a mission is owed money that needs to be paid eventually or suffer loyalty penalties. The amount of money a soldier is owed will increase the more he or she levels up. A way of getting money quickly is to go to a space station or pirate lair like this one and sell your loot. No, klar. Wir müssen aber erst so einen Turn benden. Und dann ab zum Pirate Lair. Also hier so ein Piratenversteck. Neutral stations and Pirate Lairs are places where you can sell your loot and get access to other services like repair a ship and install upgrades, heal your soldiers, recruit new soldiers, buy weapons and items. Okay. Ship repairs brauchen wir nicht, weil unser Schiff ist noch tippy toppy. Was gibt's für Ships Upgrades? Leck mich am Arsch. Weapons, Defense, Support, Hunger. Okay. Hier gibt's nix. Weapon gibt's nix. Defense gibt nix. Gibt grad nix. Met Bay. Da können wir wahrscheinlich heilen. Die Gilde. This station is always ripe with fools. Okay. Hier könnten wir dann neue Leute. Hier sind unsere Leute. Market. Boien. Ah hey. Na kauf mal Brudi hier. War das alles? Was? Mehr hatten wir jetzt nicht, oder was? Ja, ein bisschen, bisschen biller, oder? Heal all. Okay. Boah. Sound, Digga. Okay. Aber wir haben ja aber einige, ne? Hier, Raul Garcia. Ja. Oder der Piotr. Aha. Aha. Okay. So, aber die hatten ja Level Up. Level Up. Hey. Was hat der denn? Der hat sowieso schon 2 Daggers. Damit kann er anscheinend einen Dagger schmeißen. Basic Training. Gibt mehr Accuracy und Aimed Shot. Okay. Ohm. Ja, gehen wir hier mit mehr auf Accuracy, oder? Machen wir den hier zum Shooty Boy. Und Siago Villarreal hat er auch einen Level Up. Ohm. Covering Fire Headshot. Okay, dem können wir Headshot beibringen. Pale of Bullets klingt auch nice. Aber auch erstmal würde ich sagen Accuracy, oder? Nehmen wir auch mal Basic Training. Okay. Equipment. Hier ihr könnt kaufen. Ja. Upgrading Ship. Ja. Visiting Space Station. Ja. Cool. Aber mehr gab es ja nicht mehr, ne? Also wir konnten hier ja gar nichts kaufen. Wir konnten unser Ship nicht upgraden, weil hier wird nichts. Ja. Aber wir sind ja noch nicht dran, oder? Wir checken das Thema noch raus. Was ist das denn? Okay. Also hat uns das nichts gebracht. Und zurück. Es ist Payday, Captain. Wir haben 60 Dollar zu unseren Soldaten, als sie die vorhandene Missions vergeben. Was sollten wir ihnen sagen? Also wir können ihnen jetzt die Kohle geben. Wir können sagen, ja Bruder, na pass auf, ich wohne noch ein paar Tage, dann nehmt ihr aber einen Bonus. Oder wir sagen, ja warte noch ein paar Tage, dann habt ihr das Geld. Aber das Geld haben wir, also zahlen wir die auch. Und unsere Loyalty ist increased. Also die Loyalität hat sich dadurch erhöht. Hypergate. Ab durch das Hypergate. Ein Patrol-Ship ist diese Gate. Wir müssen sie zuerst, bevor wir gehen. Okay. Start den Spasskombat. Spasskombat! Spasskombat! Die Bescheid-Akounters are executed using simultaneous turns. Basically, you give orders to your crew, where to move, what weapon to use, and then watch the result. Okay. First you can order your ship to move using the Helms order. So that you select any order that is not hold position and then move the blue cursor to a point in space. If you want to move to a point that it's higher or lower than your current location, you need to hold shift while moving the cursor up or down. This will allow you to pick a point in 3D space. Once you're happy with the location, okay. Once you are done, you can pick a weapon. Ja, okay. Okay, da sind zwei. Der eine ist auf jeden Fall hier niedriger als wir, der andere ist höher. Ich würde sagen, wir moveen. Hier runter. Und danach bollert mal in den Reink. Hoi, hoi. Ja, den haben wir. Den haben wir auch. Okay. Ja, die haben wir ja easy weggrasiert, ne? Aber da war ja jetzt. Ja, ich weiß, ist Tutorial. Ja. Ja, ja, ich weiß. Wahrscheinlich war es deswegen ziemlich billig. Wir haben jetzt auf den Aldebaran-System. Er ist auch nicht von Star Wars. Ich habe nichts gesagt. Okay, let's explore the area. Also hier oben haben wir einen CDF-Patrol. Das sind die Bösen. Da oben ist Aldebaran. Okay. Okay. Äh, was ist das hier? Man weiß es nicht. Ähm. Ah, wir haben ja hier direkt was hinter uns. Checkt mir das erstmal aus. We found the source of a signal. It's not a ship. It's just a malfunctioned comms beacon. Ah, okay. What sagt it? Hear me, Reavers and Corses. Hear me, men. Spawns and witches. The time has come. The omen is here. And as all the guild knows, this vessel brings an era of carnage and chaos, but also of opportunity. Oh, wir hören mal weiter dazu. Worry not, brothers and sisters, because the Void has already picked a champion. A champion that will capture this legendary ship and unite us all. Karn-Neroth, the pillager. Glory to Karn-Neroth. May his enemies be returned to the Void and his allies be showered with riches. Okay. Wer immer das ist, Brody. Enemy turn, okay. Ah, ja, ver-ver-ver-ver-biss doch nicht, Brody. Das losse. Ah, wir checken einfach mal alles aus hier oben, oder wie sehe ich das? Oh, oh. Oh, hm. Hm. Komm ein bisschen näher. What time are you here? We found a ship of the guild, Captain. They are transmitting a distress signal. That's odd. Usually Pirates only use distress signals when setting traps, because local rescue ships are ordered to attack us on site. No response, Captain. The ship is drifting away. What should we do? Ja. Rinder, Freunde. What habt ihr denn erwartet? Ähm. Wir gehen mit der gleichen Gruppe, oder? We advise our soldiers' sensors are detecting biomass particles in the air. This ship might be infested by Xenors. Bitte? No need for sensors, I can see the airfield. It's very likely the crew's already dead and consumed, Captain. Be careful. Xenobists. Bleed acid. Also aliens. Okay, 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 okay. Hier ist eine Tür, oder wat? Da hier ist das Panel, um die Tür abzumachen. Geh ich doch mal vorn aus. Boi, ähm. Aber wir müssen mal kurz unser Turn enden. Was ist das? Ähm. Ja, weiß ich auch nicht. Okay, der Hintzer ist auf jeden Fall Movement. Ähm. Launch a rocket? Der Heatenwerfer, der Bruder? Oh. Oh, die Tür geht von selber auf. Oh. Ein Xenobist. Stirb, du ausgewohrte Hölle. Okay. Das war, äh. Weniger spektakulär, als ich, äh, vermutet hatte. Aber. Wohin okay. Oh. Okay, so eine Larve und noch so ein Vieh. Stirb, du Larve. Gar kein Problem. So, Eric. Booty. Hast du Line of Sight, zufällig? Ne, der sieht den nicht. Aber, wir Overwatchen. Gar kein Problem. Wir lassen uns doch nicht lumpen. Und noch mehr Overwatchen. So, und jetzt? Nur ein Damage? Oh, 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 oh. Okay, ein Damage war jetzt ein bisschen below. Also, Eric. Leget um. Gut. Gut, gut. Gut, gut. Sind denn noch mehr Viecher? Bestimmt, oder? Wir Overwatchen. Da ist doch ein Ei. Oder was? Da könnte doch bestimmt was raus, oder? Overwatch. Okay, von da hört da was. Lass mal gucken, ob hier schon was ist. Nee. Da sehe ich auch nichts. Ich glaube, der Room ist clear. Waren auch schon mal seine letzten Worte. Ja, ja, ich weiß. Aber sieht mir nicht so aus. Sieht mir nicht so aus. Als wäre hier noch was. Also, gehen wir in Position. So, mach die Ports ab. Einer surprised, einer alerted. Okay. Thiago. Aus der Rhine. Nur ein Damage, Alter. Noch eins. Gerippt. Gar kein Problem. Eric, nimm du doch mal da die Larve. Ah, gar kein Problem. Okay, easy. Easy. Aber. Es ist noch nicht vorbei. Ah, okay. Da haben wir auch noch mal zwei Larven. Sollten wir ihn kriegen. Larve Nummer eins. Larve Nummer zwei. Aber wir können nicht mehr, weil wir gegangen sind und geschutet haben. Aber Drusus the Red. Wer ist heute das Ding noch jetzt hier kommen. Ein Damage. Du kack, Noob. Allah. Okay, Eric. Ja, komm, Eric. Ist dein Shot. Joa. Wieder Level-Ups. Ohne Ende. Aber was haben wir gekriegt? Ammo-Boxes. Zwei Frag-Grenades. Einer. Xeno-Beast-Egg. Und AP-Ammo. Und 38 kneten. Geht, oder? Unsere Resident-Party ist zurückgekehrt, Captain. Sie haben das Schiff von Xeno-Beasts gezogen. Und haben die Freiheit, um etwas Material zu verhindern. Gut. Any Survivors? Sadly none. Okay. Feuer und Maingang. Lass keine Träume dieser Schreie. Terrible fail. Okay, wir haben also das Schiff jetzt noch weggebombt. Oh-oh. Der Feind rückt näher. Memorial Missions. Ship-Upgrade. Okay, hier unsere Crew. Drusus. The Red. Der könnte halt noch zum Melee-Adapt werden, ne? Aha. Aber. Ein bisschen Armor wäre vielleicht auch ganz cool, ne? Ein bisschen Health vielleicht auch noch. Machen wir mal ein Armor. Hier hatten wir auch ein Level-Up. Hier wollten wir später zu Hail of Bullets. Genau. Covering Fire. Ich glaube, ich glaube, ich habe noch den Pinstart-Status. Okay. Headshot. Wir lernen auch noch Headshot. Why not? Rudy, was bist du für einer? Der kann auch zum Melee-Adapt werden. Würde ich sagen, machen wir bei dem auch, oder? Also hier machen wir jetzt erstmal... Dat und Armor. Weil der soll ja dann später Nahkampf-Boy werden. Primo Smith wird zum Nahkampf-Boy. Ähm. Ich glaube, Basic Training ist halt überall gut. So. Machen wir auch Accuracy noch ein hoch. Und Health mal ein hoch. Wieso nicht? Oh. Der ist nicht so loyal, der Bruder. Okay. Eric. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Aber chill mal. Wir haben bisher schon Salaries 80 kneten. Holy shit. Wir müssen irgendwie an Geld kommen. A ship was waiting an Ambush. Wait. It's a Reaver-Ship. They are hailing us. Moin. Aha. You walked right on my Ambush, Scav. Be thankful, I'm in a good mood. Oh, I would just bless your scrap-buckin-off-shit. Whatever. So. Care to trade? I have weapons and soldiers. Oder could use some extra cash. Okay. Also wir könnten eine Waffenkiste kaufen für einen Fuffi. Könnten auch einen Recruiten machen für Zwanni. Aber nicht jetzt. Weil wir brauchen selber das Geld. Hier oben haben wir einen Pirate-Lair. Das ist was ein Pirate-Lair. Repairen müssen wir nicht. Wir sollten aber auf jeden Fall kurz heilen. Und dann zum Market. Und verkaufen. Och, das Ei Junge. 500 kneten für das Ei. Ja, weg damit. Das Ei kann ich nicht verkaufen. Hm. Okay. Gibt es noch andere Waffen? Breaching-Port. Ballows up to top. Up to. Ah, okay. Damit könnten wir mit 5 Soldaten angreifen. Okay. Eine Heavy Cannon, Alter. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Triple Launcher. Ballistic Best. Okay. Eine Medbay. Gibt einiges, ne? Gibt es hier Upgrades zufällig? Noch eine Wumme? Nee. Support nix. Rüstung auch nix. Nee. Okay, bei der Gilde könnten wir Chogorath. Warte, nein. Haben wir den jetzt recruited? Ja, haben wir echt. Das ist aber so ein Voidspawn Mercenary. Ja, fick mich aller. Ähm. Bread for War. Okay. Ey Chrissy. Boah, loh die den an. Holy shit. So ein Alien Boy, ha? Okay, Alien Boy. Ähm. Eigentlich wollte ich den ja gar nicht rekrutieren, aber... Ja, jetzt wir kommen an Bord, ne? Jetzt gehört er halt dazu. Wir fliegen hier rüber. Und da werden wir angegriffen. Okay. Dann zeigt mir, was ihr könnt, ihr Luppis. Was haben wir denn? Äh. Sind zwei Stück wieder. Ich würde sagen, wir moving. Hier hin. Und feiern at will. Ja, wir strafen schön zur Seite. Seht ihr das? Ah, Träumchen. Ja. Ohne einen Treffer. Ihr Lappen. Warum können wir das nicht salvagen? Äh. So, was haben wir hier? Ein Escape Pod. Okay. Ja. Äh. Klar, bring it on board. Da sind Survivor drin. Ja, klar. Ja. Die können uns joinen. Gar kein Problem. Ehm. Wen haben wir denn bekommen? Irgendwann sind Stefanos. Ach, sich knepen, Freunde. Ah ja. Hier. Warte rein. So, wir müssen echt irgendwie jetzt an Geld kommen. Ich hoffe, hier ist jetzt ordentlich was. Ein Schiff. Two ships engage in close combat. A pirate gunship and a Krell-Shar-Corvette. We are receiving transmission. Stop gawking and help us. These damn raptors have some serious firepower. We can hold. Äh. The enemy is affected. Prepare for boarding party. Ja, klar. Wir boarden die einfach. Aber. Äh. Erik war jetzt nicht so. Der hatte kein Bock, ne? Also nehmen wir Groth. Groth. So. Okay. Groth. Haust rein. Junge, Junge. Die sound sind teilweise echt laut. The enemy ship is disengaging so our men are safe to keep. Äh, safe to take it. Na klar. Ihr gehört mir. On-on-watch, natürlich. Oh. Ja. Nee, du. Schöne Overwatch, aber daneben. Oha. Okay. Oha. Halt's ab, Junge. Ich bin noch vorne in Deckung. Bitte was? Okay. Dann schauen wir mal. Dem knötern wir jetzt mal richtig einen rein. Crit-Chance 35%. Na, komm schon. Jawollo. Weggecrit. So. Ich will aber die dicke Wumme mal hier. 51%. Ja. Ja. Boah. Boah. Noch Fragen? Fragen an Hansi? Ich glaub nicht. Okay. Hier sind noch Gegner. Gehen wir da oben jetzt einfach mal nicht mehr lang. Gehen wir mal kurz ein bisschen in die Cam. Okay. 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 Und wir gehen erst in Position hier. Mit der gesamten Crew. Und tauchen hier bei allen. Wir gehen bei allen noch Overwatch rein. Und er darf jetzt die Tür öffnen. Morgen. Dem könnten wir jetzt millimäßig richtig einen rein rasieren. Oh, das machen wir. Mit der komischen Ketten Dings. Nice. Ja. Äh. Können wir nochmal? Ja. Na dann. Was ist los, du komischer Vogelkopf, eh? Jetzt wird er geoverwatcht. Mit nem Kritz. Das tut weh. Und Overwatch. Oh Gott. Uuuuuh. 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 So. Noch Fragen? Na, das nennt man Taktik. No problem. Aber ich dachte eigentlich, das wären jetzt alle gewesen. Muss ich hier an anderen Dingen da, oder? Ich glaube, hier ist keiner mehr, oder? Ne. Hier ist auch keiner mehr. Äh, secure the ship. Haben wir doch. Da geht's hier unten noch rein. Da unten geht's wahrscheinlich auch noch rein, ne? Ne. 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 Da kriegen die zwei jetzt zur Not auch hin. So, kann der hier irgendwie das Loot-Ding aufmachen? Nö. Dann kann er auch mit. Hm. Absolutel. Nö. Absolutel. Irgendwie ist da keiner. Gehen wir mal rein. Äh. Hier ist keiner. Hä? Ja, vielleicht. Checken wir da noch aus. Ah, okay, okay, okay. Von da hört da was. Ah, ja, gut, 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 gut. Einfach ein bisschen overwatchen. Und jetzt Hier hin und mach die Tür Oh Overwatch Rasiert, Alter Ja, gar kein Problem Was macht der? Was war das denn? Einfach mal in die Luft? Schon am Feiern? Boah, weggekrittet Out of ammo Wer? Du? Nö, du Ja, dann lad doch nach Was ist denn los bei dir? Oh, da sind auch noch zwei, okay 81% Na klar 63% Na klar Da, nehm Ja, ich kenne das Also so So kriegt er mich nicht Nope, so nicht Ja Miliet rein Ja Da sieh ihn Also was denn des Wortes Dick bitte, Junge Primo Smith Das wird unser Unser Berserker Ich sag ja durch Ein richtiger Bollo Okay Ah, ja Okay Warum kann er eigentlich nicht schießen? Hat er auch keine Muni mehr? Doch Oder? Noch nicht Nee, ich glaub er war leer 56% Nee, daneben Mies Okay Der steht da jetzt ziemlich blöd Hier Oh shit Oh shit Oh nee du Nee Unser Berserker Oh 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 Ich hatte Primo Smith schon In Valhalla gesehen Aber jetzt Hau rein So geht das Weg, wer sagt Okay Was haben wir wirklich Eine Frack hat Und nur 39 Dollar Ist Okay Also ich habe einen Sklaven an Bord Menschliche Sklaven Jetzt quatschen wir noch kurz mit den anderen Piraten Die wir quasi gerettet haben Und wir haben noch ein bisschen extra Geld gekriegt Aber so viel kneten haben wir nicht Nichtsdestotrotz Wir speichern den Bums jetzt Gehen zurück zum Hauptmenü Weil wir sind schon was länger dran jetzt Also Ich hoffe ihr habt einen ganz guten Eindruck bekommen Wie das Game in etwa abläuft Das Spiel nennt sich Void Marauders Gibt es im Moment ziemlich günstig auf Steam Für gerade mal ein paar Euro Und ich finde dafür Ist das Ganze eigentlich schon Gar nicht so kacke Oder Also ich glaube für jeden Der diese Art von Spiel mag Ist das durchaus was Die Mucke ist cool Anni Boy Ist da gerne für's Zuschauen Lasst doch mal ein Like Lasst ein Abo da Und wir hören uns beim nächsten Mal Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal.